In diesem Video geht es um die Wärmebehandlung von Stahl. Ich hatte ja bei meinem 1000 Plus Abo Special die Frage gestellt, was ihr euch für die Zukunft auf meinem Kanal wünscht. Und da hatten auch einige geantwortet, dass sie mehr Hintergrundwissen, technisches Wissen über den Messerbau insgesamt gerne sehen möchten. Und ich habe mir gedacht, was bietet sich da besser an, als jetzt mit dem Thema Härten einzusteigen. Das Thema Werkstoffkunde liegt zwar schon einige Semester zurück, aber es ist trotzdem jetzt nochmal eine gute Übung. Und ich habe meine Informationen hauptsächlich aus dem Doppel, also dem Taschenbuch für den Maschinenbau und aus Vorlesungsunterlagen der TU Darmstadt. Zunächst einmal müssen wir die Wärmebehandlungen eingrenzen. Es gibt verschiedene Arten, Wärme zu behandeln. Es gibt Landschichthärten. Dabei wird nur die äußere Schicht des Bauteils gehärtet. Dazu zählen beispielsweise das Nitrieren, das Karbonisieren und es gibt das Durchgangshärten. Und wir werden uns hier jetzt erstmal mit dem Durchgangshärten beschäftigen. Beim Durchgangshärten wird der komplette Materialquerschnitt gehärtet, wie der Name schon sagt. Weiterhin müssen wir auch Materialunterscheidungen treffen. Verschiedene Arten von Stahl, also verschiedene Legierungen, die benötigen auch verschiedene Herangehensweisen an die Härtung. Beispielsweise in Sachen Härtetemperatur, Abkühlgeschwindigkeit oder die Pausen zwischen den Abkühlungszyklen. Da gibt es verschiedene Parameter, die man dort beachten muss. Ich möchte hier erstmal ganz allgemein auf eine Eisen-Kohlenstoff-Legierung eingehen. Diese allgemeine Eisen-Kohlenstoff-Legierung kommt auch diesem C100-Stahl oder auch dem O1-Stahl, den ich verwende, am nächsten. Sehr hochligierte Stähle kann man damit nicht sehr gut vergleichen, zumindest nicht, was die absoluten Werte betrifft. Allerdings sind die Mechanismen, die dahinter ablaufen, die gleichen. Das Durchgangshärten kann man meiner Meinung nach am besten mit dem Eisen-Kohlenstoff-Diagramm beschreiben. Das Eisen-Kohlenstoff-Diagramm ist ein Phasendiagramm, was ihr jetzt hier vor euch seht. Auf der Y-Achse ist die Temperatur in Celsius eingetragen und auf der X-Achse erkennt ihr den Kohlenstoffgehalt der Legierung in Prozent. Kurz zum Begriff Stahl. Von Stahl spricht man, wenn die Legierung weniger als 2,06 Prozent Kohlenstoff enthält. Dann spricht man hier in diesem Bereich von Stahl. Es gibt dort wieder zwei Unterscheidungen. Einmal gibt es unter-eutektoide Stähle, die haben weniger als 0,8 Prozent Kohlenstoff. Und es gibt über-eutektoide Stähle, die haben 0,8 bis 2,06 Prozent Kohlenstoff. Zunächst einmal ganz kurz hier zum Diagramm. Ihr seht hier die verschiedenen Bereiche. Diese verschiedenen Bereiche, die stellen eine bestimmte Zusammensetzung des Stahls dar. Das Stahlgefüge kann verschiedene Strukturen annehmen und diese sind hier abgebildet. Ich habe jetzt immer nur die reingeschrieben, die für uns erst einmal relevant sind. Gehen wir einfach mal davon aus, wir haben einen Stahl, der hat 0,7 Prozent Kohlenstoff. Das heißt, wir haben einen unter-eutektoiden Stahl. Wie jeder weiß, muss man Stahl beim Härten sehr, sehr stark erhitzen. Das bedeutet, wir gehen mit der Temperatur nach oben. Hier durchs Ferrit- und Perlit-Gebiet. Das bedeutet, im unbehandelten kalten Zustand hat das Stahlgefüge diese Struktur. Dann steigt man mit der Temperatur weiter, durchquert dieses Gebiet, was erst einmal nicht relevant ist und erreicht die sogenannte GSK-Linie, die rote Linie hier. Man muss dann mit der Temperatur noch etwas höher gehen, um dann hier im Austenit-Gebiet zu landen. Das heißt, wenn man mit der Temperatur in diesem Gebiet ist und hält die Temperatur eine gewisse Weile, dann entsteht Austenit im Stahl. Das ganze Stahlgefüge ist dann Austenit. Und genau das möchten wir. Ich habe jetzt noch hier ein paar Abbildungen, um erst einmal euch verständlich zu machen, was überhaupt passiert. Zunächst einmal möchte ich auf die verschiedenen Strukturen eingehen, die der Stahl annehmen kann. Und als erstes auf das Ferrit. Hier ist das Ferrit in einer 3D-Abbildung dargestellt. Das ist schematisch gesehen. Die wird aufgespannt von 8 Eisenatomen. Und diese bilden einen Quader. Dieser Quader schließt ein Eisenatom in seiner Mitte ein. Deswegen heißt das Ganze kubisch raumzentriert. Wenn man sich das Ganze in der 2D-Darstellung vorstellt, würde das so aussehen. Man hat hier die 4 Eisenatome. Diese 4 hier. Und dieses im Hintergrund. Das ist das in der Mitte. Und man kann hier erkennen, dass der Abstand zwischen den beiden Eisenatomen recht gering ist. Dieses Ferrit kann nur Atome spannungsfrei lösen, die einen Durchmesser von 15% des Atomdurchmessers von Eisen haben. Und deshalb liegt die Löslichkeit des Kohlenstoffs hier im Ferrit nur bei 0,02%. Bei steigender Temperatur wandelt man das Stahlgefüge in Austenit um. Dieses Austenit kann man sich so vorstellen, wieder als 3D. Diesmal sind die Eisenatome, die vorher in dem Quader eingeschlossen waren, nicht mehr im Quader, sondern die liegen jetzt auf den Flächen vor. Wenn man sich das Ganze im 2D betrachtet, würde das so aussehen. Wieder auf der Stirnseite. Hier diese 4 Atome sind die äußeren Atome. Und das auf der Fläche ist dieses in der Mitte. Und man kann im Gegensatz zum Ferrit sehen, dass die Abstände zwischen den beiden Atomen deutlich größer sind als bei diesen beiden Atomen. Und deshalb kann man hier im Austenit bis zu 2,06% Kohlenstoff lösen. Und das liegt einfach daran, dass sich hier in diese Zwischenstellen Atome setzen können, die einen Atomdurchmesser von 41% von Eisen haben. Weil die Atome, die Eisenatome hier auf den Flächen vorliegen, heißt das beim Austenit kubisch flächenzentriert. Würde man den Stahl jetzt wieder sehr langsam abkühlen lassen, würde der Stahl wieder hier diese Linie runterwandern, bei sinkender Temperatur, und sein Gefüge wieder in Ferrit umwandeln. Wie der ein oder andere vielleicht schon weiß, wird der Stahl, nachdem er auf die Härtetemperatur gebracht wurde und dort gehalten wurde für eine gewisse Zeit, wieder sehr schnell und stark abgekühlt. Und dies meistens in einem flüssigen Medium. Wenn man den Stahl nun im Härteofen hat und auf der Härtetemperatur eine gewisse Zeit hält, lässt man das Austenitgefüge entstehen, indem dann der Kohlenstoff Platz hat, um sich einzulagern. Er ist also gelöst. Beim schnellen Abschrecken des Stahls wird dann diesem Gefüge und dem Stahl sehr, sehr schnell viel Energie entzogen. Dabei muss darauf geachtet werden, dass eine kritische Abkühlgeschwindigkeit überschritten wird. Und wenn man diese nicht überschreiten würde, würde der Stahl wieder zurück in das Ferrit gehen. Aber da er das nicht kann und ihm keine Zeit gelassen wird, entsteht ein drittes Gefüge. Und dieses Gefüge nennt sich Martensid. Das Martensidgefüge ist, wie hier etwas angedeutet, schematisch etwas verzerrt. Und diese Verzerrung kommt daher, dass der Kohlenstoff zwangsgelöst bleibt in diesem Gefüge. Die Verspannungen im Martensid steigen mit der Anzahl der zwangsgelösten Kohlenstoffatome. Bevor wir jetzt das Martensid weiter betrachten, müssen wir noch einen zweiten Fall anschauen. Und das ist, wenn wir mit dem Stahl im Über-Eutectoiden-Bereich liegen, also mehr als 0,8% Kohlenstoff haben. Beispielsweise beim C100S-Stahl. Das Diagramm hier ist erstmal nicht übertragbar auf den C100S-Stahl. Das Ganze ist jetzt erstmal schematisch gemeint. Aber diese Bereiche, die ändern sich, je nachdem, ob im Stahl noch andere Gefügebestandteile oder Legierungsbestandteile vorhanden sind. Der C100S-Stahl hier müsste man dann erhitzen, bis man wieder hier zur roten Linie kommt. Und wieder etwas darüber hinaus. Dann kommen wir in den Bereich, wo Sekundärzementit und Austenit vorliegt. Eben bei den Unter-Eutectoiden-Stellen, da wollten wir in den Bereich, wo nur Austenit vorliegt. Jetzt sind wir bei dem C100-Stahl hier im Sekundärzementit- und Austenit-Bereich, wo beide Gefügebestandteile vorliegen. Mit dem Austenit passiert beim Abschrecken genau das Gleiche, wie schon hier. Aber das Sekundärzementit, das wandelt sich nicht um. Das bleibt sowohl in dem kalten, als auch hier in diesem Zustand gleich. Aber das hat von Natur aus die Eigenschaft, dass es sehr hart ist. Und es ist auch recht feinkörnig verteilt. Und genau wenn das der Fall ist, und wenn es nicht an den Korngrenzen vorliegt, dann ist es nicht nötig, dass man es auch noch weiter in das Austenit umwandelt. Es ist allerdings auch möglich, dass man den Stahl einfach weiter erhitzt, hier über diese blaue Linie hinaus. Und dann kommt man auch wieder in das Austenit-Gebiet, hat nur Austenit vorliegen. Und beim Abschrecken entsteht dann nur Martensit. Wenn man es aus diesem Bereich abschrecken würde, würde Martensit vorliegen mit Sekundärzementit. Das vorliegende Martensit ist jetzt sehr hart und spröde. Und wenn man es im Gebrauch an einem Messer beispielsweise haben würde, dann könnte man mit sehr schnellen Ausbrüchen rechnen. Oder vielleicht sogar ganzen Klingenabbrüchen, je nach Belastungsfall. Aus diesem Grund müssen wir jetzt noch eine Behandlung hinterher schalten. Ganz klassisch im Messerbau ist das jetzt das Anlassen, was nachgeschaltet wird. Das Anlassen ist definiert bei einer Wärmebehandlung von weniger als 450 Grad. Und ganz allgemein ist dort auch wieder ein erster Bereich definiert, mit einem Temperaturbereich, der kleiner als 300 Grad ist. Lässt man das Material in diesem Bereich an, dann werden die Verspannungen gemildert und die Sprödigkeit sinkt dadurch. Bei einer aber gleichbleibenden relativ hohen Härte. Im zweiten Bereich wird die Temperatur zwischen 300 und 450 Grad eingestellt. Dadurch wird die Zähigkeit sehr stark ansteigen, aber die Härte, die nimmt dadurch auch recht stark ab. Im Messerbaubereich bewegen wir uns jetzt hier bei den Kohlenstoffstellen, hier in dem Bereich, im Bereich 1, bei ca. 200 Grad plus minus, je nachdem, wie viel HRC man erreichen möchte. Bei höherligierten Stählen kann man dann auch ganz schnell hier in diesen Bereich kommen oder in noch höhere Temperaturbereiche. Und diese noch höheren Temperaturbereiche, die werden von der zweiten Art der Wärmenachbehandlung abgedeckt. Das ist nämlich das Vergüten. Und das Vergüten ist erstmal ganz allgemein definiert. Bei einer Wärmebehandlung von mehr als 450 Grad Celsius, also einer Nachbehandlung des Martinsides. Und dort entsteht ein sehr feinkörniges Gefüge. Und dadurch wird eine hohe Zähigkeit erreicht, bei aber doch noch einer guten Festigkeit. Und genau so ein Gefüge möchte man haben, bei Konstruktionswerkstoffen, die man beispielsweise im Maschinen- und Anlagenbau benutzt. Dann nochmal eine ganz kurze Zusammenfassung, was passiert, wenn man den Stahl härtet. Zunächst liegt er im Ferrit vor. Der Kohlenstoff kann sich nicht gut lösen. Dann heizt man den Stahl auf, auf die Härtetemperatur, hält ihn dort. Und im Stahl kann sich der Kohlenstoff dann lösen und setzt sich hier in Rot dargestellt auf dieser Kante ab. Schreckt man dann das Auszenit, was entstanden ist, sehr schnell ab, dann entsteht das sogenannte Martinsid. Und den meisten ist auch bekannt, dass ein Stahl direkt nach dem Härten fast glashart ist. Und genau das liegt daran, dass dieses Martinsid entstanden ist. Der Kohlenstoff bleibt immer noch zwangsgelöst und verzerrt sozusagen diese Struktur. Anschließend sollte man ihn dann noch anlassen, um ihm wirklich die Gebrauchsfähigkeit zu geben. Ja, ich hoffe hier mein kleines informatives Video hier zum Thema Stahl härten hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst mir ein Feedback in den Kommentaren da und ich hoffe, es konnte bei euch Fragen beantworten. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, dann schreibt es in die Kommentare. Dann werde ich sie entweder versuchen, direkt zu beantworten oder ich werde nochmal ein separates Video drehen. Dann bedanke ich mich fürs Reinschauen und sage bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.